Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Weltslagern, Automobil und Präzisionskomponenten. NSK Motion and Control Hallo und herzlich willkommen bei den AutoNews. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Dacia weiter auf Erfolgskurs, eine Million Logan weltweit verkauft. Der Dacia Logan ist stärker gefragt, denn je weltweit wurden seit dem Produktionsstart im Jahr 2004 nahezu eine Million Fahrzeuge der Logan-Familie neu zugelassen. Inzwischen werden die Stufenhecklimousine der Kombi MCV, die Kleinlieferwagenvariante Van und der Pickup in 59 Ländern angeboten. Neben dem modernen Stammwerk im rumänischen Pedesti arbeiten auch die Fertigungs- und Montagestätten in Russland, Indien, Brasilien, Kolumbien und im Iran auf Hochtouren. Allein in Russland wechselten seit dem Produktionsbeginn Mitte 2005 rund 150.000 Fahrzeuge in Kundenhand. Auch in Westeuropa zeigen die Absatzzahlen stetig nach oben. Mit der fünftürigen Schräghecklimousine Sandero kommt in Europa ab Juni 2008 ein weiteres Modell der Marke auf den Markt. Basis für den weltweiten Erfolg der Dacia-Strategie ist das Stammwerk Pedesti in Rumänien. Renault hat seit 1999 eine Milliarde Euro in die moderne Entwicklungs- und Produktionsstätte investiert. Mit der Ergänzung um eine Technologiesektion und eine neue Designabteilung hat das Unternehmen ein internationales Kompetenzzentrum für die Entwicklung zukünftiger Modelle geschaffen. Seit der Modelleinführung der Stufenhecklimousine im Jahr 2004 hat das Werk in Rumänien seine Kapazitäten verdoppelt. Ab 2009 werden jährlich bis zu 400.000 Einheiten von den Fließbändern laufen. Audi feiert 20-jähriges Jubiläum in China. Audi hat in Zhangzhung das 20-jährige Bestehen der Partnerschaft mit First Automobile Works gefeiert und den Grundstein für eine neue Montagehalle gelegt. Das Unternehmen kündigte zudem die lokale Produktion des Audi Q5 im Werk Zhangzhung an. Bis 2015 sollen jährlich 200.000 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert werden, so ein Sprecher des Unternehmens. Die neue Montagehalle sei deshalb ein wichtiger Meilenstein, um dieses Ziel zu erreichen. Audi hat seit 1988 mehr als 570.000 Automobile an chinesische Kunden ausgeliefert. Heute ist die Marke mit den vier Ringen Marktführer im lokalen Premium-Segment und verkaufte 2007 zum ersten Mal mehr als 100.000 Automobile in der Volksrepublik. Neben der Erweiterung der Produktionskapazitäten baut Audi bis zum Jahr 2015 sein exklusives Händler- und Service-Netz auf über 200 Betriebe aus. Derzeit gibt es in China 125 Audi-Händler und 9 Audi-Service-Betriebe in 86 Städten. Wechsel an der Spitze von MAN Truck & Bus Deutschland. Bernhard Kerscher übernimmt im Rahmen einer strategischen Job-Rotation zum 1. Juli die Leitung der MAN Vertriebsregion Deutschland und gleichzeitig den Vorsitz der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, kurz MTBD. Er folgt damit Thomas Hemmerich, der die Leitung der Vertriebsregion Afrika übernimmt. MAN Truck & Bus Deutschland ist mit rund 5.100 Mitarbeitern im Verkauf und Service die größte Nutzfahrzeug-Vertriebsorganisation im Land. Der im Jahr 2007 erzielte Umsatz von 3,1 Milliarden Euro macht etwa ein Drittel des Umsatzes der MAN Nutzfahrzeuggruppe aus. Renault und Nissan legen Grundstein für ein neues Werk in Indien. Renault-Nissan Automotive India hat den Grundstein für ein neues Automobilwerk in Chennai, Hauptstadt des indischen Bundesstaates Tamil Nadu, gelegt. Der Produktionsstart erfolgt 2010. Die Produktionskapazität beträgt 400.000 Fahrzeuge pro Jahr. An dem neuen Standort werden Fahrzeuge beider Marken gefertigt, die für den indischen Markt und für den Export bestimmt sind. Die Allianz-Partner investieren zu gleichen Teilen rund 780 Millionen Euro in das moderne Werk an der Ostküste Südindiens. Renault plant die Entwicklung neuer Fahrzeuge, die speziell auf die Kundenansprüche indischer Autofahrer abgestimmt sind. Nissan wird eine Modellfamilie auf Basis einer neuen A-Plattform produzieren. Zum geplanten Angebot zählt auch die nächste Generation des Nikra. Auch in Russland wurde der Grundstein für eine neue Fabrik gelegt. In diesem Fall handelt es sich um die Automobilhersteller Mitsubishi, Peugeot und Citroën. In dem Werk im etwa 180 Kilometer südwestlich von Moskau gelegenen Kaluga sollen ab 2011 die Mittelklasse-SUVs und Mittelklasse-Pkw der Marken produziert werden. Die Gesamtkapazität des Werkes wird bei insgesamt 160.000 für den russischen Markt bestimmten Fahrzeuge liegen. Die Kapazität der Fabrik kann nach dem Produktionsstart auf bis zu 300.000 Fahrzeuge erhöht werden, um der zu erwartenden steigenden Nachfrage nach Automobilen in Russland gerecht zu werden. Das neue Werk wird 3.000 neue Arbeitsplätze schaffen. Das gemeinsame Investment der beiden Partner beträgt 470 Millionen Euro. Und das waren die Autonus für dieses Mal. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.